Amelie, Lara Isabelle Rentink, er bricht in Tränen aus, als sie mitbekommt, was eine große Liebe bedeutet. Amelie ist nach der Trennung von Jorik sehr verschlossen. Annette will Tina und Ben mit einem Brief um Verzeihung bitten. Dillai und Simon warten auf den Waschbärmann, aber er entkommt ihnen. Amelie schottet sich nach der Trennung von Jorik emotional ab. Erst als sie die rührende Versöhnung zwischen Nikos und Inken mitbekommt, wird sie überraschend von ihren Gefühlen überwältigt. Annette möchte sich mit einem Brief bei Tina und Ben entschuldigen. Britta gibt ihr klar zu verstehen, dass Annette die zwei in Ruhe lassen sollte. Und so beschließen die Rosenhausbewohner gemeinsam, dass Annette ausziehen muss. Sie ist am Boden zerstört und steht vor den Trümmern ihres Lebens. Ralf wird klar, warum Marvin Malte schützt. Er hat das Gefühl, Malte etwas schuldig zu sein, weil er Tammo gerettet hat. Trotzdem kann Ralf Marvins Vertrauen gewinnen und Marvin redet sich endlich alles von der Seele. Dillai und Simon lauern dem Waschbärmann auf, damit er nicht von der Polizei verhaftet wird, doch er entwischt ihnen. Und das Heideecho startet einen Aufruf, den Waschbärmann zu entlarven. Hendrik spielt mit Joe einen möglichen Stromausfall durch, und Joe ist beruhigt. Sie sind für den Ernstfall gut vorbereitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017